Jo moin Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Dropper Warum mach ich nochmal safe? Ich weiß es auch nicht. Wir können sofort direkt loslegen mit Level 8 So, äh, warte, was stand bei Level 8? Level 8? Okay, was frag ich? Da ist das Wasser-Ding da, Boomster-Becken, da muss ich reinjumpen Okay, sieht machtbar aus Ich sollte für... Ja, nee, das wird klappen, das wird klappen Oh, da sind... Wat? Da sind Boote drinnen Okay, das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen für Level 8, finde ich Komm, 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 jawoll, äh, gut gemeistert hier, uh Dürfen wir die abbauen? Ich glaub nicht, aber egal, ich bau die ab Ich bau euch alle ab Ah, geht gar nicht, aber ich fahr ein bisschen schiff, nee Wie komm ich hier raus? Ah, okay, so, wo geht's neben... Warte mal Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Kiste Boah So Ähm, da ist wie ein Hühnchen, da sind mehrere Hühnchen Sind die Hühnchen? Sind die gewollt? Ich glaub nicht Aber egal, ich bereist... Nein, du droppst nichts Äh, komm mal her, du Du droppst jetzt was, das sag ich dir Nein, du droppst auch nichts Aber du Nee, die droppen glaube ich nur, was beim Schwert killt die wir Kommt mir grad so vor Ja, ich renne jetzt mal hier durch Oh, das ist die Kiste schon Oh, ich hab den anderen Diamanten gar nicht gesaved, hab ich grad bemerkt Habe ich den nicht gesaved? Ich meine doch Hm Mysteriös Ne, ich hab den... Ah genau, ich hab den doch im Vita gelassen Mensch, warum sind die Hühnchen? So geht's auf jeden Fall noch viel schneller mit den Porsche Trunk So Oh Goldene Äpfel, oh mein Gott Purer Luxus Kekse, ich nehm alles mit Oh Oh mein Gott Ich feiere das grad so Oh mein Gott, die tue ich alles schon hier rein So, ich nehme jetzt zwei golden Äpfel mit Oder machen wir mal vier Vier goldene Äpfel 81 Eine Direktheilung Paar Kekse Und die packen wir alles mal wieder so rein Und dann noch ein paar Schnelligkeits Das tun wir auch alles rein Da brauchen wir das eigentlich gar nicht So Nein So So, dann machen wir mal Level 9 Step by Step, okay Try to land in the web Oha Step for step, okay Zuerst wahrscheinlich da drauf Wahrscheinlich soll ich erstmal voll essen Oh, ich hab acht Minuten Regeneration Okay Das heißt, man müsste es hier locker durchschaffen Oh, was heißt locker? Da unten muss ich ins Wasserbecken sprengen Okay So Was? Ich dachte man schafft das, wenn man da so runterjumpt Okay, hab ich mich getäuscht Was ist denn das hier direkt? Trank der Heilung Goldene Apfel Den hab ich ja schon Ne, brauch ich ja gar nicht essen, oder? Mach ich kurz mal Habe ich zwei jetzt mehr Yo So schafft man es Aber warte mal, soll man da natürlich durchflutschen? Ne, das wollen wir glaube ich nicht Step by Step heißt es ja Ich glaube jetzt muss ich hier rein In die Spinnnetze Ja, in die Spinnnetze Dann kriegt man doch keinen Schaden Das ist Okay Von hier Step by Step Ach hier erst Das bedeutet Step for Step Soll ich da rüber? Ne, ne? Oder doch Step for Step Komme ich da rüber denn? Ne, ich glaube der Sprung ist Nein, der ist unmöglich Ich glaube man muss wirklich Step for Step So Das denke ich mal jetzt hier runter, ne? Wo muss ich jetzt hier runter? Ähm Hey warte mal, was ist denn das jetzt überhaupt hier? Ach das ist ein Kinderzimmer? Guckt euch das an Geil, da ist ein Küche, da ist eine Küche So muss man das drehen Oh Wie geil sieht das denn aus Wo sind wir drauf? Oh lol Guckt euch einfach mal dieses Riesenzimmer an Alter, sieht das geil aus Aber wie kommt man nach da so? Oh man, das ist so kacke, dass man das drehen muss Aber das ist ein Aquarium Da ist Nacht Oh wie geil Das ist richtig geil gemacht So, aber ich muss jetzt hier runter Okay Ähm Ne, da muss ich bestimmt nicht runter Step for Step heißt es ja Okay Okay Oh, oh, oh Ich weiß nicht ob das gewollt war So Ich glaube nicht Ich glaube man sollte eigentlich da drauf springen Ich glaube das würde ich auch nicht überleben Wenn ich jetzt da immer Uh, so kann ich das schaffen Ja, so ist es sogar möglich So Perfekt Sind wir fast schon unten Schaffen wir den Sprung? Ja klar, wenn wir die anderen gesprungen haben So, perfekt Aber nochmal von ganz Ansicht Eiligiliter sieht das geil aus Wir sind jetzt hier wo? Am Herd, ne? Ne Doch, hier ist Herd Da Hier da ist die Kiste Über Mit dem Diamanten Aber es sieht einfach mal geil aus Dieser alter der Blick Haben sie schon geil gemacht? Ich will nicht wissen wie lange die hier angebaut haben Okay, weiter geht's Okay, weiter geht's Okay Hier geht's wieder weiter zum nächsten Level Ich weiß nicht wofür ich jetzt die goldene Äpfel habe Und Keine Ahnung, okay Tun wir den mal wieder so rein Und jetzt geht's weiter mit Rail Okay Und ne, nicht so ein Ding wieder, oder? Was muss ich jetzt hier machen? Äh Ah Oh Was? Hä? Okay, ich muss da durch Alter, ne Das wird wieder so ein Kacklevel wie eben Was ich nicht schaffen werde wahrscheinlich Wat? Wie soll man da durchkommen? Der ist ja gar kein Durchgang Wie? Zum Teufel Woah 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 Ich hab's geschafft Oh mein Gott Okay Level 10 Ne, Level 11 Level 10 oder 11 Keine Ahnung Werden wir gleich sehen Wir machen uns Und wir haben das 51 Kills Ich wollte am Anfang erst sagen, wie ich 10 haben will Ah, okay Ja Wo muss ich denn da hin? Oh nein Das ist wieder so ein Kacklevel mit diesen Rumpfschleudern Da So starten So Und so Und so Und so Jawohl Das haben wir gut gemeistert Das haben wir sehr gut gemeistert hier Aber wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Was? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Walter Verherrsch mich nicht, Walter Was? Wo ist die Kiste? Soll die Tochter auf der anderen Seite landen? Weil da kann ich ja nicht so tun Blub, 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 blub Geht doch So Level F Komplett Ok Ich soll sterben Bis Ok Nein Was hab ich jetzt gemacht? Ich sollte eigentlich hier hingehen Warte Ich soll ja nicht sterben Na Was Das So Ok Hier geht's los So jetzt Hier immer so runterfallen wie vorhin Die ganze Zeit Ah ok ich soll wirklich hier die ganze Zeit runterfallen Ich nehme mal so einen goldenen Apfel Boah 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 Ne Nein Ich hasse solche Levels Aber solche Levels hasse ich so richtig Alles andere ist echt ok Aber sowas ne Hier war es so ganz ok eben Ja das sieht gut aus Oh Dann werde ich mitnehmen Alter Das war jetzt natürlich mega fail Oh wie viele Kisten denn hier? Wie 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 Diamanten sind hier? Nur einer Und machen hier so viele Kisten da hin Was denn hier? Dank der Schnelligkeit Noch mehr Wer verbraucht denn bitte sehr so viele Tränke der Schnelligkeit? Oder mach jetzt irgendwas immer falsch? Oder soll man vielleicht irgendwie erleichtert das vielleicht einen das Runterspringen oder so? Keine Ahnung TP oder da hoch? Ich nehme lieber das TP Ähm Äh Äh Ich glaube das war nicht gewollt Doktor ist doch gewollt Boah Ist doch wie erschreckt Wait Til system Okay Ich soll erstmal warten bis das lädt Ich nehme Optifine dafür Das schaffe ich niemals Warte mal wo geht es nicht weiter? Vielleicht waren dafür die Tränke gedacht Dass man da jetzt wirklich mit Speed runterjumpen muss Oder nein oder doch oder nee oder was auch immer ich weiß es nicht Oh wie weit fällt man denn hier? Au Au Das erklärt jetzt vieles Ich sollte da gar nicht runterfallen Aber warum sind die Kisten jetzt hier oben? Oder besser gesagt warum ist hier gerade alles auf dem Kopf? Bin ich Level? Ich bin in Level 13 aber Ich bin in Level 13 aber Ich bin in Level 13 aber Wuss Wuss Loll Hä 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 Ich sollte sterben Heute verstehe ich es auch Ich bin so blöd Meine Englischkenntnissen sind so scheiße Oh das ist okay se Erstmal Alter Das stimmt mit dir nicht Look for the webs Okay Folge den Pumpkinz also den Kübissen Was So wie jetzt kommt Nachtsicht Okay Ja da drüben ist wieder einer aber Folge den Pumpkinz Ah da unten ist wieder einer Oh Das schaffe ich nicht Doch das schaffe ich Okay alles gut alles gut alles gut Um den Kanal alles unter Kontrolle So Da ist der Erste Gehen wir mal zum Zweiten Komm trinken wir mal einen Trinken wir mal einen da drauf Wir haben einen Goldabfall hinterher So wo geht der Nächste hin? Der Nächste ist da Da müssen wir jetzt Nein Das war falsch Okay Oh man man muss immer neu anfangen Das nervt Aber das ist natürlich die Schwierigkeit da dann Komm So hier ist der Erste Pumpkin Der Zweite war da unten Giovanni wo? Oh ich sterbe jetzt wahrscheinlich Ne doch nicht Boah zum Glück bin ich auf diese Komischen Learen hier da aufgesprungen Wahrscheinlich wäre ich sonst gestorben So wo muss ich denn jetzt rüber? Achso vielleicht von den Learen aus? Von hier so? So So Oh Komm schon Wahrscheinlich das Level einfach voll easy Aber ich schaff's einfach nicht Das passiert hier nochmal drücke Nichts Okay Was war das denn jetzt? So jetzt nehmen wir mal einen Portion hier Und 1 2 3 Und Jump Oh ne das war fuck Das war fuck Oh ne Den einfachsten Sprung habe ich jetzt nicht mal mehr geschafft Gott das kann ich halt nicht Komm das Level will ich noch schaffen Ich habe noch 3 Minuten 3 Minuten 3 Minuten Dann muss ich ausmachen Nein aus mich aber Die Aufnahme Beenden So Nein Ich habe einfach mal den Doppeljump nicht gemacht Wieso nicht? Das ist voll gespackt hier Ja aber komm die übertreiben bisschen mit hin Trinken nicht mal Okay ein Stack So komm schon Jetzt Oh jetzt Nein Boah Was hätte ich mal wieder voll verkackt Aber ich habe es wirklich noch gerade geschafft So Jetzt machen wir mal Jetzt machen wir mal Concentration Concentration hier Für ihn muss ich da ganz hoch So Was ich irgendwie nicht glaube Vielleicht ja doch Doch Safe Boah wie geil Ah 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 hier gibt es Betten Lord Nein Jetzt kann ich nie mal nachts schlafen Kann ich time set Ähm Nein das geht natürlich nicht Da dann 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 Wo sehe ich noch ob es Nacht wird Wo geht es auf jeden Fall weiter Dahinten Ne da waren wir am Anfang Das muss ich da runter Aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge Hier ist unser kleiner Spawnpunkt Hier schlafe ich mich gleich legen Hier warte ich bis es Nacht wird Und dann sehen wir uns in der dritten Folge belche Wir sehen uns über zum nächsten Mal wieder Ich hoffe es ist euch gefallen Wer es euch gefallen hat, dann lasst denn meinen Daumen nach oben da Jetzt rede ich voll schnell wieder und bla 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 wieder ein und ciao.